Wir unterhalten uns ja heute über Themen rund um Privatsphäre, kritische Medienkompetenz und da es ist ja so, dass man sich eigentlich immer schwerer tut, zu überblicken, wo eigentlich Daten gesammelt werden und es schwerer tut, die Kontrolle über die eigenen Daten zu behalten. Es gibt sowas wie Passantenzählungen, Räderzählungen auf prägmentierten Plätzen, es gibt Waschmaschinen, die mit dem Internet verbunden sind, jede Menge andere Geräte, die was rückmelden darüber, wo ich gerade bin und was ich dort tue. Also das hat ein Stück fast schon Unübersichtlichkeit. Und gleichzeitig gibt es ja viele Menschen, die sagen, ist mir egal, man kann ruhig Daten sammeln, ich habe ja nichts zu verbergen. Also eigentlich ist es ja so, dass es toll ist, wenn man sagen kann, ich habe nichts zu verbergen, wenn mich ein Thema interessiert, das vielleicht ein bisschen komisch ist, das vielleicht gesellschaftlich nicht so akzeptiert ist und ich kann trotzdem dazu stehen, ich kann trotzdem sagen, ja genau dieses Thema interessiert mich und bitte akzeptiert mich so, wie ich bin. Das wird auch im Zusammenleben so von Angesicht zu Angesicht hoffentlich funktionieren und in wenigen Fällen ein Problem schaffen. Aber online ist das leider nicht so, weil da werde ich sehr schnell in eine Schublade gesteckt. Ich werde vielleicht als dumm abgestempelt oder als unsozial oder als sonst irgendwie, nur weil mich irgendwie das eine oder das andere interessiert, weil ich das eine oder andere gerne mache, was eben andere komisch ansehen. Und ich weiß das aber unter Umständen auch gar nicht. Ein Beispiel, irgendjemand beschließt, dass alle Frauen, die Hello Kitty mögen, dumm sind. Das kann aus verschiedenen Gründen sein. Zum Beispiel, wenn eine Big Data Auswertung da war, dass eben häufig Frauen, die vielleicht weniger gut abschneiden in einem IQ-Test Hello Kitty mögen und so werden dann plötzlich alle, die Hello Kitty mögen, als dumm abgestempelt. Wenn jetzt jemand als Frau, der Hello Kitty mag, in einer Bewerbungssituation ist und das irgendwie zu erkennen gibt, beispielsweise, weil man in einem sozialen Netzwerk mehrere solche Gruppen geliked hat oder Seiten geliked hat, wird die Schlussfolgerung da sein. Das ist eine dumme Person. Allerdings, die Person selbst wird es gar nicht wissen und sie wird auch nie erfahren, dass sie vielleicht einen Schritt hier oder da gar nicht weitergekommen ist, aufgrund diesem Schubladendenkens, dass jemand anderer aufgrund einer Big Data Auswertung, die ganz woanders hergekommen ist, eigentlich über sie getroffen hat. Und das schafft dann vielleicht schon Probleme und auch wenn ich jetzt hier nichts zu verbergen hätte, kann ich als Einzelperson tatsächlich einen Nachteil erleiden dadurch. Das ist sehr, sehr verständlich. Ein eindrucksvolles Beispiel. Da entstehen praktisch Kategorisierungen, Profile, die die Person selber gar nichts weiß, die aber weiter vermittelt werden, öffentlich werden und die die Person nachher schauen können. Und gar nichts mit der Person zu tun haben müssen, weil wir wissen ja nicht, warum die im Endeffekt in diesem sozialen Netzwerk Hello Kitty angeklickselt hat. Die hatte vielleicht gerade die Nichte zu Gast, die halt drei ist und gerade auf dieses Phänomen steht und hat daher sich Hello Kitty Ding angeschaut. Also das muss ja auch nicht einmal irgendetwas tatsächlich mit der Person zu tun haben. Die Zuschreibung erfolgt oder dass irgendein weiteres Wissen da ist. Die Reduktion ist ein Problem, genau. Ja, genau. Und wo ist das jetzt überall der Fall, dass Daten aufgezeichnet werden? Kann man das mal genauer sagen, wo? Also eigentlich nein, weil eigentlich überall, wo es möglich ist, wird es wohl auch passieren. Und da sind eben auch schon so Dinge dabei wie Waschmaschinen, die eine IP-Adresse haben, Fernseher, die eine Sprachsteuerung haben. Und wenn man die nicht ausschaltet, dieser Fernseher aufnimmt, dann natürlich sind alle Sprachassistenten, die wir auf Handys oder auf Smart Speakers haben, aber auch im öffentlichen Raum, Kameras, also nein, eigentlich im Moment ist immer noch so etwas wie die Goldgräberstimmung. Überall, wo es möglich ist, zeichnet man auf, man speichert. Es ist die Technologie nicht mehr so teuer und es ist auch daher dann möglich, Dinge aufzuzeichnen, die man früher nicht aufzeichnen konnte. Eigentlich muss man ja sagen, dass wir da in Europa noch ein Glück haben, weil in Europa müssten wir zumindest informiert und auch gefragt werden, ob unsere Daten gespeichert werden dürfen. Wir haben das mit der Datenschutz-Grundverordnung alle in den negativen Teilen immer, erleben wir das oft schon tagtäglich. Aber trotzdem ist das natürlich ein Zugang, der sagt, okay, da wird anerkannt, dass Daten etwas wert sind und auch Daten, die für mich etwas wert sind und das eigentlich nur dann verwendet werden darf, wenn ich ja auch damit einverstanden bin. Also so wie du das jetzt schildest, könnte man ja meinen, man merkt in Europa eine Datenspeicherung grundsätzlich daran, dass man vorher danach gefragt wird. Jetzt ist es aber nicht ganz so, weil wir ja mit vielen Tools zu tun haben oder vorwiegend mit großen Technologien und großen Anliefern zu tun haben, die jetzt eben nicht aus Europa stammen und ob die Datenschutz-Grundverordnung verpflichtet sind. Wie, würdest du sagen, merkt man denn die Datenspeicherung in der Praxis? Beziehungsweise haben wir auch unsere Zustimmung erteilt, ohne dass wir gelesen haben. Ja, also es kann ja auch sein. Das ist ja das eine, schließt ja das andere nicht auch. Naja, nehmen wir mal ein Beispiel. Es ist Weihnachten, irgendwann in der näheren oder ferneren Zukunft kommt es wieder und man sucht ein Geschenk für einen Familienmitglied. Ja, und jetzt kennen wir das schon aus der Vergangenheit. Okay, ich habe da was in Amazon gekauft und dann kriege ich in Facebook oder wo auch immer die Werbung dazu. Aber es geht ja durchaus auch einen Schritt weiter. Nicht nur die Person, mit der ich jetzt meinen Computer teile. Heute ist das ja oft schon mein Smartphone und ich teile das ja bis auf vielleicht irgendwelche Kinder eigentlich mit niemandem, sondern es geht ein Stück weiter. Es kann auch sein, dass das WLAN, das Familien-WLAN, in dem wir uns befinden, einfach dafür sorgt, dass das, was ich gekauft habe, meinen anderen Familienmitgliedern angezeigt wird und die dann vielleicht gar nicht mehr so überrascht sind, wenn das mehr oder weniger frohe Fest kommt. Nehmen wir an, ich interessiere mich für etwas sehr, sehr Eigenartiges. Ich habe ein sehr dubioses, eigenartiges Hobby und wie bei vielen Hobbys suche ich nach diesem auf YouTube und ich suche Lieder oder Anleitungen oder ähnliche Dinge. Und auf meinem Computer eigentlich recht egal, ob das jetzt mein beruflicher oder auch mein privater ist, wird natürlich gespeichert, dass ich mich für solche Sachen interessiere. Und wenn jetzt ein Kollege zu mir kommt und ich versuche dem oder der was auf YouTube zu zeigen, dann sieht der vielleicht, für was ich mich da alles interessiere. Aber es kann noch weitergehen. Ihr seht auch, werden diese Videos meinen Bekannten sozusagen, mit denen ich auf YouTube vernetzt bin, angezeigt. Also wenn ich jetzt berufliche Kontakte auf YouTube habe, dann wird dieses komische Hobby vielleicht denen angezeigt, weil YouTube auch die könnte dieses komische Thema interessieren. Und das kann natürlich auch unangenehm werden, je nachdem natürlich, was das für ein Thema ist. Ich meine, ich habe auch immer wieder so eine Herausforderung. Ich suche nach vielleicht Themen, die unangenehm sind, die belastend sind auch manchmal, die so die Schattenseiten des Internets mit sich tragen. Und in der Vergangenheit habe ich das ganz oft einfach in Google gemacht. Und das hat dann immer bedeutet, dass ich auch in anderen Teilen, wenn ich dann, ich weiß nicht, in den sozialen Netzwerken war oder auch nur eine Bezirkszeitung, ich bin da in einem Pressebericht gesehen, werden ja auch immer Werbungen eingeblättert. Und dann habe ich auch mal Werbungen, die auch zu diesen belastenden Themen geschaltet werden. Ich verwende jetzt heute eher Suchmaschinen, die also nicht aufzeichnen. Und das eine oder andere Mal gehe ich auch über den Tor-Browser, um Sachen zu suchen, damit ich einfach nicht in meinem Alltag dann mit belastenden Themen konfrontiert bin. Also das ist auch noch so ein Beispiel, wo ich halt merke, dass jetzt hier über mich Dinge aufgezeichnet werden. Kannst du erst sagen, vielleicht ein bisschen grundsätzlicher oder zusammenfassender, wann wenn das Datensammeln so unangenehm werden kann? Was sind da für Situationen, die wir irgendwie kategorisieren? Oder wann können Probleme durch das Datensammeln auftreten? Naja, also einerseits, wenn durch Big Data Analysen so Dinge zu meiner Person angenommen werden, die einerseits nicht stimmen oder wodurch auch Nachteile haben kann. So dieses berühmte Beispiel mit der Versicherung. Mir wird eine Versicherung nur angeboten, wenn bestimmte Dinge über mich bekannt sind. Also ich kann mich hier nicht wehren oder ich kenne sie auch zum Teil gar nicht, diese Big Data Analysen zu meiner Person. Nachteile kann eben auch sein, wenn ich Handlungen setze, die an andere Personen weitergegeben werden, dass ich nicht will. Oder auch wenn über mich etwas gesammelt wird, das dann von anderen genutzt wird. Also wenn ein Profil über mich erstellt wird, das dann im Bereich der Werbung genutzt wird. Oder auch so weit geht, dass es Identitätsdiebstahl ist, weil man einfach genug Infos über mich weiß, um ein Fake-Profil zu erstellen, das aber so glaubwürdig ist, dass es andere durchaus ernst nehmen könnte. Oder auch wenn ich mich im Laufe der Zeit ändere und das ist über mich etwas aufgezeichnet worden und das wird einfach später genutzt. Daten sind schon mal da, man nutzt sie oder ich ziehe auch vielleicht spätere andere Schlüsse. Ich bewerbe mich für ein politisches Amt oder ich möchte in eine andere Institution wechseln. Aber ich habe im Zuge meiner früheren Tätigkeiten eben bestimmte Handlungen gesetzt, die vielleicht eben jetzt auch widersprechen könnten. Auch das sind so Dinge, wo einem vielleicht die Vergangenheit, die eben aufgezeichnet wurde, auf den Kopf fallen kann. Und was würdest du denn empfehlen, individuell? Was kann ich denn als Individuum darüber hinaus tun, um mich soweit es geht zu schützen oder zumindest bewusst umzugehen mit der Tatsache, dass Daten über mich gesammelt werden? Also was wären denn so deine Empfehlungen? Ich glaube, der erste Schritt ist mal Schluss mit der Bequemlichkeit. Das heißt, natürlich sind ganz viele dieser Geräte, dieser Tools, dieser Programme, die Daten sammeln, machen uns das Leben auch leicht. Das klassische Beispiel ist die Google-Suchmaschine, die dadurch, dass sie Daten über uns aufzeichnet, einfach sehr gute Suchergebnisse liefert. Das ist, also wir zahlen hier mit Daten für ein gutes Service. Wenn wir uns, wenn wir aber damit Probleme sehen, dann müssen wir einfach auf andere Suchmaschinen übergehen, die es auch gibt, die vielleicht nicht so gute Ergebnisse liefern, aber die da sind. Also das sind ja schon durchaus alternativ auch da. Ganz prinzipiell, wir müssen uns ein Bild verschaffen darüber, was denn eigentlich überhaupt Aufzeichnungen macht. Und da kann ich schon mal anfangen, dass ich mir überlege, ist meine Waschmaschine, mein Fernseher, mein, ich weiß nicht, neuer Kühlschrank, das sind das Geräte, die ein Internet fähig sind. Und das ist nicht einfach. Also bei vielen Geräten, wir haben uns das vor einiger Zeit mit Kinderspielzeug angeschaut, aber da kannst du auch in andere Bereiche hineingehen. Es ist gar nicht so einfach zu sehen, was hat denn eigentlich diese Möglichkeiten. Und wenn ich auf solche Geräte treffe oder sie nicht vermeiden kann oder auch nicht vermeiden möchte, weil sie beispielsweise andere Funktionen haben, die mir wichtig sind, die Heizung steuern, Smart Home, Stichwort, dass ich auf jeden Fall dafür sorge, dass ich Passwörter ändere, dass niemand in meine Geräte hinein kann. Dass ich mir überlege wirklich, welche Funktionen brauche ich denn auch, dass hier aufgezeichnet wird? Muss mein Fernseher mithören oder ist das nicht notwendig? Kann ich das auch deaktivieren? Geräte nur dann kaufen, wenn ich solche Standard-Passwörter auch wirklich ändern kann, weil das ist durchaus zwar ein bisschen ein Thema Erweiterung, aber dass andere Leute auf meine Geräte zugreifen und die missbräuchlich benutzen, ist natürlich durchaus auch ein Aspekt dieses Themas. Passwörter mir so zu überlegen, dass die nicht leicht ausspioniert werden können. Also nicht überall das Standard-Passwort zu haben. Dinge wie Passwort-Saves oder die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu überlegen. Und auch mir genau zu überlegen, was mache ich denn wo? Mache ich das gleich auf Facebook wie auf Instagram? Muss ich diese beiden Netzwerke wirklich miteinander verbinden? Habe ich vielleicht unterschiedliche Konten für unterschiedliche Tätigkeiten? Ich kann aber natürlich auch meine Browser so einstellen, dass ich in einem Privatmodus surfe. Bei manchen geht das, bei manchen geht das nicht. Dann kann ich Browser nehmen, bei denen das geht. E-Mail-Adressen. Nicht eine E-Mail-Adresse für alles und jedes. Berufliche, private E-Mail-Adresse und eine dritte für den Spam-Ordner. Mir einfach genauer anzuschauen, was ist denn so für mich auch im Internet bekannt? Wie schaut es mit meiner Online-Identität aus? Wie möchte ich die auch selbst steuern? Statt alles zu verbergen, Dinge gezielt zu streuen und gezielt sozusagen in die Online-Welt hineinzusetzen. Auch das kann ein Weg sein. Und dann natürlich so ganz banale Dinge. Nicht auf jeden Link klicken, den ich irgendwo in einem E-Mail bekomme. Dubiose Seiten aus dem Weg gehen. Einfach so diese ganz normalen Dinge, um Internetbetrug zu verhindern. Barbara, das ist ein breiter Strauß an Möglichkeiten, den du uns da anbietest. Also du ermutigst uns eigentlich, uns nicht zu schrecken, nicht verstören zu lassen. Wenn ich dich richtig verstehe, rufst du uns auf, bewusst und informiert umzugehen, mit der Tatsache, dass Daten gesammelt werden, um einfach diese ganz konkreten Schritte zu ergreifen, die du da aufgezählt hast, um damit gut leben zu können. Ich danke dir ganz herzlich und gerne.